30 Minuten in Frankfurt landen, das heißt deutlich von unserer geplanten Zeit. Abhängig vom Wetter dort kann sich das natürlich noch etwas verkürzen oder verlängern unseren Anflug. Zum Thema Wetter nimmt uns folgender Bericht vor. Es ist berühmt, ein Wind aus südwestlicher Richtung. Immer den Tag verteilt kann es auch ein bisschen bühig werden. Die aktuelle Temperatur beträgt 8 Grad und es gibt einen leichten Regen. Ich hoffe, umso mehr Sie fühlen sich hier bei uns an Bord sehr wohl und genießen noch die Sonnenstrahlen hier oben. Und ich wünsche Ihnen schon jetzt einen angenehmen Aufenthalt und einen schönen Tag in Frankfurt oder gegebenenfalls eine angenehme und vor allem eine sichere Weiterreise. Guten Morgen, Frau Willkommit, Ladies and Gentlemen. Da am Ende ist Geiger, Ihr Festofficer und Flyntil Frankfurt. Just left our cruising altitude and are in approach sequence to Frankfurt and watch the remaining flight time, depending on the traffic situation, as around 30 to 35 minutes from now on. So, I guess, well ahead of schedule. Well impacted. It's quite winterly. We have a temperature of 8 degrees on the Celsius scale, which equals 46 degrees Fahrenheit. We also have clouds, the wind comes from the southwest today, and during the day, we can expect also some gusts. And actual weather is light rain. So, I hope you enjoy the stay on board with us, and also enjoy the sunbeams right now. And I wish you a pleasant stay in Frankfurt or a good and safe on board training.